Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich dir mal drei Wege zeigen, wie du mindestens 37 Euro pro Stunde online verdienen kannst. Bei allen drei Methoden handelt es sich natürlich um seriöse und legale Wege, bei denen du dir wirklich ein solides Einkommen aufbauen kannst. Bei allen drei Wegen kannst du extrem gutes Geld verdienen, musst natürlich aber auch ein bisschen Arbeit investieren. Also wenn du hier nach einer schnell reich werden Sache suchst, bist du hier leider falsch. Trotzdem kannst du mit teilweise wenig Zeitaufwand hier wirklich gute Ergebnisse erzielen und bei einer der drei Methoden musst du sogar fast gar keine Zeit investieren. Viel Spaß mit dem Video. Als erstes möchte ich euch eine Website vorstellen, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr sehr kreativ seid und gut Texte schreiben könnt. Oder natürlich, wenn ihr einfach nur kreativ veranlagt seid und gerne lernen möchtet, gute Texte zu schreiben. Egal ob Blogartikel, Berichte, Reviews, Geschichten oder was auch immer, alles wird auf dieser Plattform gesucht und genau damit kannst du Geld verdienen. Textbroker ist hierfür der bekannteste Anbieter und du kannst hier wirklich gutes Geld verdienen. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die Texte kaufen und auf der anderen Seite die Leute, die Texte schreiben. Leute, die beispielsweise einen Blogartikel oder sonst was benötigen, können einen Auftrag geben, geben dann ein paar Stichworte dazu, was sie haben möchten, den Themenbereich, vielleicht ein paar Wörter, die drin sein sollen und du kannst dann diesen Auftrag übernehmen und beispielsweise den Blogbeitrag oder was auch immer es dementsprechend ist für die Person schreiben. Wir können uns einmal anschauen, was du hier verdienen kannst. Wir gehen hier auf Ich schreibe Texte und wählen mir die Vergütung aus. Dann gehen wir hier runter und können sehen, hier sind wirklich riesige Kunden bei, wie Lieferando, 1&1, Mediamarkt, eBay, Otto und können sehen, hier ist die Vergütung. Du wirst hier nach deiner Qualität eingestuft und wirst dementsprechend unterschiedlich bezahlt. Wenn du ein bisschen Erfahrung hast und dir wirklich Mühe für die Texte gibst, wirst du problemlos auf diese 5 Sterne kommen. Hier erhältst du 4,5 Cent pro Wort. Das mag vielleicht erstmal gar nicht so viel klingen, aber wenn wir diese 4,5 Cent pro Wort mal hochrechnen, sind wir da gut und gerne mal bei 20 Euro pro DIN-A4-Seite. Wenn du dann für einen Auftrag 4 bis 5 DIN-A4-Seiten schreiben sollst, können das ganz schnell mal 100 Euro pro Auftrag sein. Bitte beachte aber unbedingt, dass es sich hierbei um eine freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit handelt und du das natürlich auch entsprechend angeben musst. Also bitte informier dich bei deiner Stadt darüber und sorg dafür, dass es hier zu keinen Problemen kommt. Ich würde dir auf keinen Fall empfehlen, bei Textbooker Texte zu schreiben und einfach zu denken, du musst keine Steuern darauf zahlen und das irgendwie unter den Tisch zu kehren. Da wirst du sehr, sehr große Probleme kriegen und eine Gewerbeanmeldung bzw. eine freiberufliche Tätigkeit anzuwenden, ist wirklich nicht sehr aufwendig und du kannst es schnell erledigen. Wir gucken uns jetzt einmal an, wie Textbooker funktioniert und du kannst sehen, dass es hier ganz einfach ist. Als erstes registrierst du dich als Autor, dann wirst du einmal gebeten, einen Probetext zu schreiben. Du musst dann die erste Einstufung abwarten, was meistens sehr, sehr schnell geht. Du kannst dir dann dein Autorenprofil erstellen mit einer Beschreibung und einem Fachbereich, wie du dich gerne auf der Seite präsentieren möchtest. Natürlich auch mit einem Profilbild, um Leute auf dich aufmerksam zu machen und schon kannst du mit dem Schreiben anfangen und Geld verdienen. Wenn du dich jetzt bei Textbooker registrieren möchtest, drückst du einmal hier auf Registrieren und hast die Möglichkeit, dich als Auftraggeber oder als Texter zu registrieren. In unserem Fall sind wir jetzt natürlich Texter und wir ihn hier registrieren. Dann gibst du hier alle deine persönlichen Daten ein, kannst hier dein Fachwissen auswählen. Wenn da noch nicht wirklich was vorhanden ist, nimmst du einfach den Bereich, der dich interessiert oder wählst hier mehrere Dinge aus, die du dir vorstellen kannst. Wählst hier Login-Daten aus und klickst ganz einfach auf Anmelden. So schnell bist du bei Textbroker registriert und kannst anfangen deinen Probetext zu schreiben, kriegst in kürzester Zeit eine Rückmeldung und kannst dann mit dem eigentlichen Texten starten. Viel Erfolg beim Geldverdienen mit Textbroker. Als nächstes möchte ich euch die erwähnte Möglichkeit vorstellen, wo ihr wirklich fast gar nichts tun müsst, um Geld zu verdienen. Im Gegensatz zu den anderen Methoden ist das aber die einzige, wo ihr dafür natürlich auch Kapital benötigt. Hierbei handelt es sich um Naga Copy Trading. Mit Copy Trading ist gemeint, dass du professionelle Trader ganz einfach kopieren kannst und mit deinem Kapital alle Trades ausführen kannst, die diese auch ausführen. So kannst du alle Gewinne erwirtschaften, die der Trader erwirtschaftet. Wenn du wissen möchtest, welchen Trader du hierfür kopieren solltest, findest du den Link zu meiner Übersicht in der Beschreibung. Ich zeige dir jetzt mal, wie du hier einen Trader auswählst und wie du diesen kopieren kannst. Du hast die Möglichkeit hier auf Copy Trading zu gehen oder auf die Bestenliste. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Bestenliste und haben die Möglichkeit, hier nach verschiedenen Faktoren zu filtern. Ich gehe jetzt hier mal nach dem verwalteten Vermögen und schaue mir hier mal direkt den ersten Platz an. Dieser verwaltet ein Vermögen von 24 Millionen Dollar aktuell. Wir klicken hier jetzt einmal auf Goldexperte rauf, so heißt der gute Herr, und können uns hier einmal seine Daten angucken. Wenn du genauer wissen möchtest, wie du einen Trader genau auswählst und auf was es alles ankommt, findest du ein Video dazu in der Beschreibung und außerdem das Sheet, wie du einen Trader auswählst. Du musst nämlich immer darauf achten, dass du einen Trader passend zu deinem eigenen Kapital auswählst. Wir können hier jetzt sehen, Goldexperte ist ein erfolgreicher Trader mit einer 96% Trefferquote und hat fast 5300 Follower. Er wird aktuell von 887 Leuten kopiert und hat sich sogar hier als eigenes Ziel gesetzt, eine Million Dollar Gewinn zu machen bis 2024. Wir haben hier die Statistiken, wo wir uns einmal angucken können, was er eigentlich genau macht und können sehen, dass er insgesamt 72.000 Dollar erwirtschaftet hat. Für dich ist das aber relevant, da du ihn ja einfach kopieren kannst und alle Gewinne, die er macht, auch machen kannst. Natürlich handelt es sich hierbei aber auch um ein Risiko und du machst auch alle Verluste, die er macht. Wir gehen hier runter und können sehen, sein durchschnittlicher Return on Invest pro Trade liegt bei 3,19%. Sein Höchster lag sogar bei fast 176%. Hier kommen wir zum interessanten Teil, nämlich zu den Leuten, die ihn kopieren. Man kann sehen, dass er durchschnittlich ein Return on Invest von 1,19% erwirtschaftet und dabei durchschnittliche Gewinne für seine Kopierer von 490.000 Dollar macht. Hier unten können wir uns noch anschauen, womit er am häufigsten handelt. Natürlich kann man sich denken, wenn er Goldexpert heißt, handelt er am meisten mit Gold. Hier waren 12.317 seiner Trades profitabel, 411 unprofitabel und er handelt auch noch mit weiteren Dingen, wie beispielsweise dem DAX. Hier unten bei den zusätzlichen Informationen sehen wir, seit wann er aktiv ist, seine durchschnittliche Haltezeit und dass 92% all seiner Wochen profitabel sind. Wir können uns hier einmal jetzt die Trades anschauen und können sehen, allein heute haben wir all diese Trades hier nur von heute und gestern, wo er hier 6, 9, 7, 47, 11, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6 Euro immer wieder an Profit erwirtschaftet hat. Und wenn du ihn jetzt kopierst, kannst du genau diesen Profit auch erwirtschaften. Hierfür klickst du einfach auf Auto kopieren und kannst hier nochmal die Daten sehen. Siehst, er hat eine 98%ige Trefferquote, eine Rendite von 2,84% und verwendet durchschnittlich 312 Dollar pro Trade. Hier hast du jetzt die Möglichkeit ihn zu kopieren, kannst entweder einen Prozentanteil oder einen festen Betrag auswählen. Ich wähle hier meistens einen Prozentanteil und du musst sehr gut aufpassen, dass du diesen Prozentanteil entsprechend deines Kapitals auswählst. Wie du das am besten machst, habe ich dir in unseren anderen Videos erklärt. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, du willst ihn mit 20% kopieren, tradest du jedes Mal mit 20 Einheiten, wenn er mit 100 Einheiten tradet. Bitte beachte, dass bei allen Trades ein 1 zu 30 Hebel angewendet wird. Wenn das jetzt so alles für dich passt, klickst du einfach hier auf Auto kopieren starten und ab da kannst du alle deine Trades hier in den Positionen sehen. Jedes Mal, wenn er jetzt einen Trade eröffnet, wird komplett automatisch der gleiche Trade auch für dich eröffnet. Und du kannst all diese Gewinne auch machen. Du brauchst also hierfür wirklich fast gar keine Zeit investieren und hast so eine gute Möglichkeit, dir ein weiteres Einkommen aufzubauen. Wenn auch du jetzt ein Naga-Konto eröffnen möchtest, habe ich dir in der Beschreibung ein Video von uns verlinkt, wo du ganz genau erklärt bekommst, wie du dich eigentlich bei Naga registrierst. Außerdem habe ich ein Sheet für dich erstellt, auf dem du sehen kannst, für welche Trader du ungefähr wie viel Kapital benötigst. Wenn du das haben möchtest und so mal eine kleine Übersicht über die Trader bekommen möchtest, findest du den Link ebenfalls in der Beschreibung. Die letzte Website, die ich dir heute vorstellen möchte, ist Amazing Talker. Hier hast du die Möglichkeit, wirklich eine Menge Geld zu verdienen, indem du anderen Leuten eine Sprache beibringst. Du musst hierfür kein Lehrer sein Lehramt studiert haben oder sonst irgendwas, sondern einfach nur mit anderen Leuten im Videochat sprechen, damit diese ihre Sprachskills verbessern können. Du kannst das in jeder Sprache tun und unterrichten und wenn du zum Beispiel deutschsprachig aufgewachsen bist, kannst du auch ganz einfach Deutsch unterrichten. Die Einkommensmöglichkeiten sind hier wirklich extrem hoch, die werden wir uns gleich noch anschauen. Und die Tätigkeit ist wirklich sehr, sehr simpel und kann jeder ausführen. Du machst einfach Termine mit deinen Schülern online, die du hierüber findest und unterhältst dich nett ein bisschen und gibst den Leuten Tipps, wie sie ihre Deutschskills verbessern können. Du kennst es doch auch bestimmt, wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, dass es unfassbar wertvoll ist, einfach mit einem Muttersprachler der Sprache zu sprechen, um das zu üben. Wenn du denkst, dass dir sowas Spaß machen würde und du das gerne machen möchtest, beachte bitte auch, dass es sich hierbei um eine freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit handelt. Auch hier gilt also, informiere dich bitte darüber, damit es da später keine Probleme gibt. Wenn du jetzt auf Amazing Talker Geld verdienen möchtest, können wir hier einmal auf Apply to Teach klicken. Und wir können sehen, wenn du 40 Stunden pro Woche arbeitest und beispielsweise Englisch unterrichtest, kannst du unglaubliche 7.115,40 Euro im Monat verdienen. Wenn wir jetzt von der Muttersprache der meisten hier ausgehen wollen, nämlich Deutsch, wählen wir hier einfach Deutsch aus und können sehen, dass mit Deutschunterricht die Einkommensmöglichkeiten sogar noch höher sind. Wir können hier 8.377 Euro im Monat verdienen. Wenn du jetzt sagst, so viel willst du gar nicht verdienen, weil du nicht so viel arbeiten möchtest, kannst du natürlich hier auch sehen, wenn du nur beispielsweise 10 Stunden pro Woche arbeitest, kannst du immer noch fast 2.100 Euro verdienen. Mit 20 Stunden sind wir hier immer noch bei 4.100 Euro. Bist du beispielsweise zweisprachig aufgewachsen und kannst noch eine andere Sprache, kannst du diese hier natürlich auch unterrichten. Je nachdem, was es bei dir ist, können wir uns hier einfach mal ein Beispiel anschauen. Wir wählen jetzt einfach mal Türkisch aus und können sehen, dass du mit Türkischunterricht hier 4.200 Euro im Monat verdienen kannst. Aber du kannst auch sehen, Deutsch ist wirklich sehr, sehr gefragt und du verdienst beinahe das Doppelte, wenn du Deutsch unterrichtest. Wir gehen jetzt einmal zurück auf Deutsch und gehen dann hier runter und können sehen, dass du hier verschiedene Methoden zur Auswahl hast. Du kannst jetzt online Deutschlehrer arbeiten und hier zwischen 16,46 Euro und 102,85 Euro die Stunde verdienen, als Hobbylehrer zwischen 16,46 Euro und 34,56 Euro in der Stunde. Und wenn du Deutsch für komplette Anfängerunterricht möchtest, kannst du zwischen 16,46 Euro und 100,79 Euro pro Stunde verdienen. Wie gesagt, musst du dich hier einfach nur mit den Leuten unterhalten, ihnen ein bisschen weiterhelfen und natürlich, wenn du guten Unterricht machen möchtest, dich vielleicht ein bisschen vorbereiten, ein paar Materialien organisieren, damit diese Leute auch gerne weiterhin Unterricht bei dir nehmen und wiederkommen. Du hast hier wirklich die Möglichkeit, je nachdem wie gefragt, du bist deine komplett eigenen Preise festzulegen. Hier kannst du zum Beispiel sehen, die 10 besten Lehrer verdienen 30,85 Euro die Stunde oder sogar 123 Euro für eine einzige Stunde. Hier kannst du auch nochmal sehen, wie ich gerade schon erwähnt habe, kannst du komplett flexibel, remote, von zu Hause aus arbeiten, von überall auf der Welt und kannst damit wirklich ein extrem hohes Einkommen erzielen. Das Gehalt von dem besten Lehrer geht hier sogar bis 18.925 Euro im Monat. Wenn du jetzt denkst, dass das für dich passt und du das mal ausprobieren möchtest, kannst du ganz einfach hier auf Registrieren klicken, deine Daten eingeben, bist in kürzester Zeit registriert und kannst direkt starten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen. Falls dem so ist, würde ich mich wirklich von ganzem Herzen über ein Like und ein Abo freuen und schreib mir doch gerne mal, worum es in unserem nächsten Video gehen soll. Wenn auch du jetzt wissen möchtest, welche die besten Trader für Naga sind und wie viel Kapital du für diese jeweils benötigst, findest du den Link zu meinem Trader-Sheet in der Videobeschreibung. Ebenfalls findest du natürlich die Links zu allen anderen Websites und schreib mir doch gerne mal, was für Erfolge du auf diesen erzielen konntest. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin.